Hör? Wo sind die Acht? Zendi bist du noch da? Äh komm ich komm! Äh komm pass auf Ich bin auf da ich ess gerade Ach Zendi du kannst nicht in meinen 3.000 Abonnenten AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bist du noch da? AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Hallo Leute herzlich willkommen zu meinem 3.000 Abonnent Happy Birthday Ich bin endlich mal und äh mit dabei sind Hallo Jan Hallo Alina und? Und Sackflöcke und Sandy, genau und wir spielen jetzt zusammen F*** Wir spielen zusammen Survival's Beta und auf Slender Multiplayer Lauf Schlampe Womit So wir müssen jetzt Aaaaaah hinter uns wir müssen wir jetzt die ganzen seiten finden wer ist denn bei mir ich weiß gar nicht nein ich komme gar nicht mehr mit meinem Leben klar wo ist Alina optimal Alina wo bist du ich weiß nicht wo ich bin wir laufen einfach ohne Alina weg Kapitalismus FDW eine Seite haben wir schon mal geil Alina bist du da hinten kann man hier seine Settings ändern ja am Anfang konntest du das kommt hier kann man seine Settings ändern am Anfang konntest du das es sind uns es sind uns es sind uns ich bin jetzt tot und jetzt bin ich tot du hast einfach nicht gesagt was wir spielen wir spielen Slender Multiplayer ja das war mein 3000 Abonnent Special eigentlich war es ja war es mit Schoana und Fabian geplant aber daher dass sie sich zerstritten haben hu 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 schau mal weg von dem Wolf der ist böse aber das hat nicht so gut geklappt genau das hat nicht geklappt und da haben sie sich zerstritten und dann Arschlecken und jetzt nehme ich einfach mit Alina und Sandy mit auf und hier äh der Jan ey seid ihr schon tot woher kommt der immer ey das ist richtig schlimm wir haben erst eine Seite Alina wir sind voll gut Sandy wo seid ihr hinter dir ich bin ich bin gestorben oh ich bin auch nicht gestorben ich kann nicht mehr laufen ich kann nicht mehr laufen um deine Oma durch ich kann nicht mehr laufen oh mein god AHHHHH Jan warte auf mich Jan 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 ich auch nicht mehr komm ist er hinter mir ist er hinter mir ist er hinter mir er ist hinter dir scheiße sie sie und genau daraus wollte ich auch bald ein Let's Play machen und zwar wollte ich das immer mit anderen drei Leuten machen und äh schreibt doch mal in die Kommentare wie ihr es findet aber das dauert noch ein bisschen bis ich das mache das ist jetzt halt nur 3.000 Abonnenten wenn man verspätet ist weil ich hab halt 4.000 ahaha Alina oh mein god AHHHHH AHHHHH Alter du bist mitten 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 bei ihm reingerannt sag mal nicht zufrieden wir finden uns ja ja das ist er auch Alina und Sandy ihr seid so schlecht ich bin tot ich bin einfach tot keine Ahnung ich hab nichts gemacht ihr seid so schlecht ja AHHHHH AHHHHH wenn ihr ihn anguckt und zu lang anguckt dass sie über Slendern dann stirbt ihr Hilfe ich kann nicht mehr laufen Hilfe er ist hinter mir ne gell äh nein er ist nicht hinter dir Oma 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 Alina Sandy könnt ihr uns eigentlich zugucken ja geil ähm gerade irgendjemand zu geil ja wir laufen zusammen wo ist Alina eigentlich die labert schon wieder mit ihrer Kloschüssel oder sowas lech ja ich kann deze he J還有 hinter dir 8 geläts Pilch er why market ja nicht ne Ich bin keine Pussy, ich habe nicht einmal geschrien, ja Alina? Also, komm. Alter, nein, das war nur, weil ich musste kacken. Wo bist du, wohin läufst du? Jan, warte auf mich, ich bin hier alleine. Jimmy! Ich wollte Slender schon immer mal ein Multiplayer spielen und übrigens, äh, Tutorial, wie man das installiert, ist in der Beschreibung. Und ja. Ah, ich habe keinen einzigen Zettel, das ist doch behindert. Wir haben einen. Ja, okay, einen haben wir. Einer ist besser als keiner, ne? Und den habe ich, ne? Wir haben den dazu gesammelt, ne? Werden die Zettel alle an den Bäumen? Ne. Einer ist auch an dem Müllauto oder sowas, oder? Wo bist du, Simi? Weiß ich nicht, wo bist du, ist die Frage. Ihr seid in einem Wald. Wir haben uns getrennt, oh mein Gott, nein. Er ist aber, glaube ich, hinter mir, oder? Oh, ich sehe den nächsten Zettel. Ja? Scheiße, er ist da. Er will mich holen, Leute, er will mich. Kommt, wir treffen uns wieder am Berg, okay? Ich sehe, ich weiß nicht mehr, wo der Berg ist. Zwei von elf Seiten. Auf jeden Fall nur mal ein kleines Wort zu den 3600 Abonnenten, die ich mittlerweile habe. Voll krass, ey. Richtig scheiße, also ein richtiger... Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Richtig scheiße. Ne, richtig scheiße. Du hast recht von mir. Ich finde das so krass, ne? Also, ich hätte es mir nie vorstell... Also, Alina hat ja 500 Abonnenten, ne? 600? 700, keine Ahnung. Ja, abonniert sie auf jeden Fall auch. Ich schreibe nochmal alle in die Kommentare, die mitspielen. Und richtig krass, ey. Also, ich habe bald die 4000 und das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich danke jedem. Alina fiebert richtig mit. Mann, da war doch eine Seite. Geh doch zurück. Auf jeden Fall, äh, dank ich jedem von euch. Nein, der geht voll durch. Drei von elf. Hier sind Statuen. Ne, das ist ein Friedhof. Ey, ne, ne? Sieh, komm mal gleich zum Berg. Guck einfach in die Luft, dann siehst du den. Ich bin, äh... Ja, ich komme gleich. Ich bin auf dem Friedhof. Wir müssen auch eine Seite sein. Übrigens, sehr schöner Friedhof, weil hier sind überall Statuen. Ist das eine Seite? Ich habe eine Seite. Geil. Nice. So, ich komme zum Berg. Ich komme zum Berg, ja? Okay. Alles klar. Alina, bist du wieder am Leben, oder was? Hä, nein? Oh, Wolf! Warum ist der Wolf? Oh Gott. Bei wem ist gerade der Wolf erschienen? Bei mir. Also bei mir nicht, sonst hätte ich schon längst geschrien. Wieder. Oh mein Gott, ich bin gleich in die Hosen. Ich gucke gerade Simi zu. Jan, ich komme. Simi, ich gucke dir zu. Ja, geil. Halte durch. Ich bin in der Mitte des Bergs. Ich renne gerade zum Berg, ich renne zum Berg. Das kann aber noch ein paar Jahre dauern in deinem Schritttempo. Ne, also ich renne doch schon. Ich bin nicht sportlich gewesen, aber ich renne doch schon. Ja, genau. Run, Forrest. Forrest, nee. Egal. Er war da gerade im Berg drin. Oh, drei Jahre? Da, ich bin gleich beim Berg. Oder? Wann bin ich da? Oh, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Ist doch verarscht. Ich renne hier im Kreis. Wenn ich gut bin, dann kann ich das heute noch rennen und hochladen. Oh, nein. 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 Oh, da war diese Tasten-Einrast-Funktion da, diese Scheiße gerade. Weil ich zu oft Schiff gedrückt habe. Ich hätte mich voll holen können. Ich bin gleich da. Bist du immer noch beim Berg? Ja, bin immer noch beim Berg. Genau, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wo bist du? Wo bist du? Der Wolf. Wo? Wo bist du? Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ja. Warte, warte, ich kann gleich wieder rennen. So. Zieh mich. Da bist du. Hallo. Zieh mich. Zieh mich. Da ist der Wolf. Warte, hallo. Der stand direkt neben mir. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ach, da bist du. Alter, der stand. Der ist genau vor dir gerannt. Der ist da nicht auf dem Boot. Wo bist du? Hier, hier, hier. Alter. Da hinten ist der Wolf. Scheiße, das ist genau hinter dir. Das ist genau hinter dir. Ich hab mein Bild angesprochen. Also was ihr machen müsst, damit ihr das spielen könnt, alle die Firewall deaktivieren und nur einer, bei einem funktioniert das. Also ihr müsst alle mal ausprobieren, wenn ihr zu viert spielen wollt. Und bei einem geht's nur. Firewall deaktivieren kurz und dann könnt ihr zocken. Die interne Verbindung scheiße ist. Nimm doch deine Mutter durch und lass mich in Ruhe, du Wolf. Ich will doch nix von dir, nur ein Kind und ich kann nicht mehr laufen. Ich bin der nächste Zettel. Ja, wo? Hier war ich, glaube ich, sogar schon mal. Ich kann nicht mehr laufen. Denn der Wolf ist, glaube ich, gleich hinter mir und nein. Auf ihn. Das Licht ist dunkel. Wo bist denn du? Ich hab dich gerade gesehen. Warte. Hinter dir ist der Wolf. Ich kann nicht rennen. Hinter dir. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um, Jan. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Ah, dreh dich nicht um. Ich hab mich umgedreht. Alina, Sandy, seid ihr noch da? Ich kann nicht mal, wenn diese Schnauze drin vor dem Bildschirm erscheint. Alina, Sandy, seid ihr noch da? Hä? Wo ist Sandy? Sandy, bist du noch da? Ich komm, komm, pass auf. Ich bin noch da, ich esse gerade. Ach, Sandy, du kannst nicht immer in einen 3.000 Abonnenten. Ah, ich kann nicht auch. Ah, ich kann nicht auch. Ah, ich kann nicht mehr. Siri, warte. Du kannst du nicht mal eine Aufnahme essen, Sandy. Und ich hab gerade geschrien, oder? Das hat sich komisch angehört. Ich kann essen, weil ich es kann. Das Special könnte vielleicht ein bisschen lange dauern von der Zeit. Ah, scheiße. Renns mal, Alina, verfolgt euch. Jetzt beeilt euch mal hier. Ich seh ihn, ich seh ihn. Ich spüre ihn. Wo bist du? Hier. Hier. Ah, hier. Das ist hinter uns. Frieden in meiner linken Arschbacke. Was ist hinter dir? Er spürt ihn schon. Nein. Siri, lass mich nicht alleine. Wo bist denn du? Ach, da bist du. Ich kann auch nicht mehr laufen. Ja, merk mal. Also, Alina. Es sind doch. Wo ist er? Ey, der war gerade neben mir, oder? Da war er gerade. Rennen. Rennen einfach. Ich kann nicht mehr rennen. Warum bin ich jetzt alleine? Das ist doch nicht wahr hier. Hilfe. Hilfe. Wo ist er? Schrei nicht so mein Ohr tut, wie du blödes Vieh. Ich erinnere mich durch den Berg. Also, wenn der vor mir kommt, der mich nicht tot. Er war vor dir gerade. Echt? Ja. Der Berg sieht der idyllisch aus. Okay, das war's. Okay, Leute, ich hoffe mal, ich hoffe mal, das Special hat euch gefallen. Oh, yeah. Oh, hab ich einen Herzinfarkt bekommen. Ja, äh, ich hoffe, euch das Special hat euch gefallen, also uns schon. Es hat Spaß gemacht und ich spieße mir gleich in die Hosen. Meine Schwester kam übrigens gerade rein, weil ich ganze Zeit geschrien hab. Und, äh... Stimmt, du hast eine epileptischen Anfahrt bekommen. Puh, also danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke fürs Zuschauen und danke für 3600 Abonnenten und zum 4000 Abonnent-Special schaue ich, was ich da mache. Warte mal, warte mal, ich gucke mal. Das Spiel ist eine Lüge, holt es euch nicht. Das Spiel ist, äh, scheiße. Okay, äh, Leute, bis zum nächsten Mal, ne? Ich hoffe, es hat's gefallen. Tschüss. Tschüss. Auf geht. Ja, tschüssi. Ado. Alina, du musst auch noch Schüß sagen. Ado. Adi, tschüss. Ja, ach so, wusste ich nicht. Tschüss. Ja.